Naja, komm, kommst du dazu. Boah, das wäre schlimm. TOR! Was für ein Bracher! Jawoll! Da ist es! Und wer macht das Tor? Ihr kriegt fünf Torschützen oder fünf Spiele zur Auswahl. Ihr könnt also maximal fünf Punkte holen. Wie schätzt ihr euch ein? Wie viele werdet ihr schaffen? Einen. Ich werde schon vier machen auf jeden Fall. Das Ding geht 4-1 aus. Ja, du weißt schon. Achso, wir waren aber dabei. Ja, ja. Jetzt nicht sowas. Okay, dann mache ich zwei Punkte. Okay. Erstens. Welches Spiel? Okay. Ja, Stuttgart. Habe ich Vorlage gemacht. Also, wenn man das als Vorlage zählt. Ist Vorlage, kann man nicht sagen. Schulte hat das sensationell gemacht. Ne, Top-Tor. Ehrlich. Ich würde sagen, der Assist war krass. Warum schaust du nicht daneben so? Ja, ist gut. Ich habe mit O umgeschrieben. Aber ist okay. Ist okay. Ich brauche nicht hinten, aber es bin nicht übel. War auch ein geiles Tor. Zum Raus selber ein. Toni, den Klopp rüber. War schon top. Ist die gelbe Wand explodiert und dann haben wir brutal gute 20 Minuten danach gespielt, finde ich. Hat der Karim auch. Kam er gut rein. Kam er gut rein. Ein bisschen Glück kann man sogar gewinnen. Okay Karim, du bist jetzt schon im Soll, ne? Ab jetzt ist ein Bonus. 2-2 steht es ja schon. Stimmt, stimmt, stimmt. Nummer drei. Boah, sei mal nicht böse. Das musst du schon wissen, ne? Unglaublicher Schuss. Was sagst du statt dir? Ja. Die Kombination war super. Am Schluss leichtes Abseits, ne? Hab ich gehört. Ja. Und der Schuss war unglaublich. Tisch. Ja. Stabiles Tor, Bro. 1-0. Der 32. Ich weiß es auf jeden Fall. Warte mal kurz. Es ist auswärts. Wir haben nicht so oft auswärts 1-0 gewonnen. Ah. Mh. 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 Härter. Mh. Ja. Unglaublicher Kopfball. Unfassbarer Kopfball. Superflanke. Und dann reingenickt. Also. Rille gezeigt. Ja. Wichtiges Tor. Hätten wir danach tatsächlich noch höher gewinnen können. Da hat man schon echt viele Chancen. Das ist von Recht, ja. Auch der Mann rechts von mir hat ein paar liegen gelassen. Achso. Ich? Ja. Okay. Das war ein geiles Tor, Mann. War geil, ja? Weil die Kurve, die Kurve war geisteskrank voll. Niki guter Ball, Mucki macht's gut. Mhm. Und dann nochmal dieser Haken. Der Haken ist super, ja. Der linker Fuß. Und dann sind wir da alle in die Kurve gerannt. Das war geil, Mann. Aber schwieriges Spiel. Davor Karim im eigenen Strafraum wurde verteidigt. 5-5. Das heißt, es gibt eine entscheidende Schätzfrage. Wie viele Tore hat Lars Ricken in seiner Karriere für Borussia Dortmund geschossen? Schreib mal eine Zahl auf. Kennst du seinen Chip? Ja, du hast ein tolles Jahrhundert geschossen. Hat Mucki nachgemacht gegen Bluche. Ganzes Leben lang für Borussia Dortmund. Hast du schon aufgeschrieben? 10 Jahre, 10 Tore. 100. 15. Boah. Champions League. Mann, es werden immer mehr, Alter. Ja komm, ich hab aufgeschrieben. Dann schreib ich jetzt mal auf, Alter. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich weiß, dass er das Tor des Jahrhunderts geschossen hat in Dortmund. Was hast du geschrieben? 103. Boah. Du? Oder Treben, Alter. Ja, keine Ahnung. Kann schon sein. Ich glaube, er hat gewonnen. 69. Ich war erst bei 91. Dann hast du gesagt, ganzes Leben lang. Ich hätte gedacht, er hat mehr Tore gemacht. Wir hoffen mal, dass Karri mehr Tore schießt. Ja, das hoffe ich auch so. Dann geht es auch hin. Dann geht es auch hin. Bonus. Wir gehen mir後 nach schieben. 소 노 부분 nach hertz. Wenn wir wieder aneупriert, wie zwei Tore schreie, können wir einfach, dann haben wir stehen, Keine Ahnung.